Ok, in die Ecke haben wir jetzt komplett. Wir könnten jetzt hier nach Norden noch eventuell ein Stück weiter gehen. Eingang zum Unterreich. Jo, ob wir hier schon sein sollten, ich weiß ja nicht. Oh, ich schleiche mal. Ja, 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 ja. Hier könnte Fallen sein und so. Aber anscheinend erstmal keine Gegner. Ein Aufzug führt ins Unterreich, ich habe einen Bruch gefunden. Geil. Unterreich. Aufzug zum Unterreich, ey. Wenn wir jetzt echt in die Hölle kommen. Finde ich cool. Wir dürfen noch nicht da runter, ne? Wir müssen ihn auf den Fersen bleiben. Ach man, der lässt uns nicht. Schade. Wahrnehmung gescheitert bei mir. Ich duck mich mal. Schleichen. Ja, das ist ein Gegner. Oh ja, oh ja, oh ja. Fass du euch reinlaufen. Ui. Ok, an dem haben wir bestimmt ein bisschen zu beißen. Ok, eins, zwei, drei. Oh ja. Oh, was ist das noch drumherum? Oh, der ist nicht alleine, hm? Der? Oh ja, oh ja. Oh je, oh du kriegst ganz viel mehr als auf die Schnüsse. Ja man. Und ich habe einen kritischen Treffer abgekriegt. Oh je, oh, die wollen nicht töten. Wenn du auf dem Boden liegst. Oh. 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 Oh, scheiße. Hätte man das vorher gewusst, dass es so viele sind, wäre ich nicht gleich reingerannt, ehrlich gesagt. Können wir nicht nochmal anfangen? Können wir doch. Also wir bleiben jetzt in der Nähe der Treppe und machen Fernkampf erstmal, oder was? Ja. Ok, dann fange ich einfach mal an, ne? Er hat es noch nicht ausgelöst. Sehr nice. Auf die Plätze, fertig, los. Wieso läuft der denn jetzt hoch? Habe ich zu oft geklickt? Ah ne. Ich bin überrascht. Warum bin ich überrascht? Ich weiß nicht. Mit ihr habe ich noch nicht angegriffen. Lasel ist schon im Kampf. Ganz doof. Dass du da oben rum stehst. Ja, jetzt nicht mehr. Der hat mich zu sehr gefahren. Ja, der Elementar lenkt die erstmal ab, ein bisschen. Das ist ja schon mal praktisch. Oh. Oh. Also ein paar sind jetzt schon tot. Oh. Und noch nicht fertig. 9 Leben hat er noch. Der Rabe hat nur ein Lebensblut, das ist ja wow. 4 hatte der eigentlich, oder? Ne. Da steht 1. Oha. Ach, ich kann jetzt mit dem Raben was machen. Ja. Und tschüss Rabe. Die anderen töten die zwei hinter dir. Ja gerne, natürlich. Ich versuch's, ja. Klar. Cool. Oh der ist tot. Das ist noch ein großer, guck mal links. Nicht mehr lang. Sind alle tot? Ja. Cool. Ein Knüppel hat der im Inventar, nichts besonderes. Und ein Haus in tiefen Schatten, da kommen wir ab, Kim. Ja, müssen wir. Genau. Oh, was ist... Sie waren was? Spielverderber, ich wollte doch nur spielen. Hat uns wohl gelungen. Okay. Das ist ja auch ein kleines Kind. Ich hab ne Frequenz. Oh. Cooler Junge. Oh er suchen, verstecken spielen mit ihm. Wer bist du denn? Oliver. Ich bin versteckt. Oh. Er versteckt sich jetzt? Ja. Unsichtbar. Er ist hier irgendwo. Ich kann doch unsichtbar was sehen. Wahrnehmung. Du hättest mich nicht finden sollen. Du hättest nicht gewinnen dürfen. Spielen wir nochmal? Gute Idee. Gute Idee. Äh, die Familie sucht auch gleichzeitig nach uns. Wir sollen uns nicht erwischen lassen. Was? Oh fuck, jetzt haben wir Papa, Mama und Hündchen. Gegner. Da ist der Junge doch. Woher will der denn hin? Ich greif den jetzt aber nicht an, ne? So viel leben müssen wir gar nicht mehr nehmen. Oder 70. Ach der Hund macht sich unsichtbar zwischendurch. Soll ich einfach mit Pfeil und Bogen drauf gehen? Was anderes hilft ja eh nicht, ne? Ja. Oder? Das ist zwar nicht viel, aber... Oh, das hat mir nicht gereicht. Ne, 10 hat er noch. Ich treffe ihn sogar. Der ist jetzt fast tot. Oder der ist tot. Wo ist denn Hündchen? Unsichtbar. Woher sollen wir dann wissen, auf was wir schießen? Ich glaube, wenn's an dir vorbeiläuft, kannst du nen Rettungswurf machen. Und dann siehst du's vielleicht. Ausfütteln. Das war ja wohl nicht. Drei Schaden. Drei Schaden. Drei Schaden. Hier! Da an der Ecke. Ist er. Ich hab hier nichts zum drauf schießen. No. Au, er hat mich gebissen. Ey, wie soll man den denn besiegen? Flächenschaden oder was? Na lass, darf ich dich mit in die Luft sprengen? Mh... Äh... Na warte. Vielleicht treib ich ihn dann. Ja, darf ich es zuerst probieren? Ja. Zwei Schaden. Gingen die gerade auf den Hund? Ja! Du hast ihn erwischt. Du hast ihn erwischt! Okay, was sagt das Kid jetzt? Ja, gute Frage. Was sagt das Kid? Äh... Findet er hat gewonnen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, der gibt mir was. Ein Ring, den der Inventar hat er anscheinend. Cool. Bandzauber. Spurloses Gehen. Das habe ich auch. Ah ja, okay. Hier gibt es keine Verbündeten mehr auf jeden Fall. Es scheint aber so, als hätten wir die Map jetzt mehr oder weniger kommen. Hier ist es noch schwer zu sagen. Auf der Seite vom Wasser. Hier ist wahrscheinlich nur ein bisschen höher. Hier geht es nirgends... Hier geht es noch mal weiter. Genau, oben rechts. Da ist doch auch noch... Ich glaube, das ist dicht hier. Das ist nur so ein Haus. Okay, gehen wir mal aufs Klo. Kriege ich jetzt eine Krankheit dadurch. Uh, was gibt es da unten? Uiuiui, da muss ich runter. Das sieht doch schon so merkwürdig aus hier. Wahrnehmung. Oh Mann, das ist gescheitert. Da ist bestimmt eine Falle dran. Soll ich es trotzdem öffnen? Oh, ganz viele Gegner. Ups, deswegen... Oh ja, 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 okay. Ich sterbe wahrscheinlich jetzt. Oh, drei Lebenspunkte nur noch. Oh, fuck. Ja, ich komm zu dir, ja? Ja, ja, ja. Warte doch einfach mal kurz. Ich bin tot. Warte nicht lang hier rechts rein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ähm. Ja. Oh, ich stehe wieder. Immerhin. Oh, ich stehe wieder. Oh, der war gut. Noch einer. Oh, oh. Ich bin tot schon wieder. Oh nein. Was sind denn die anderen beiden? Oh, ein ganzes Stück weg, ne? Oh nein. Ich bin tot schon wieder. Ich bin tot schon wieder. Ich kann mir nicht aufhelfen. Oh, super. Da. Oh je, wir brauchen echt ne lange Rast. Ich wollte an diese Truhe dran. Ich geh an diese Truhe dran. Toll. Was nicht wert? Beschwungstauber Eismesser. Hm. Da geht der Weg nicht weiter auf jeden Fall. Ich war hier, aber auch nicht. Die rechte Seite jetzt fast komplett. Ah, warte. Ich hab noch Wichtiges zu tun. Ah, Bällchen werfen. Klar, Bällchen welfen. 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 Ja. Tür mit dem Mondausgang. Was ist hiermit? Genau, das wäre jetzt theoretisch das nächste, worauf wir gucken könnten. Was war es jetzt schon, oder was? Irgendwie ist da aber noch was im Wasser. Äh, links, ja. Der Schiffswrack, oder was? Nee. Nee. Ah, ich weiß es. Hier runter. Da kommt man nicht runter. Da kommt man nicht runter. Nicht runter? Der Sprung... Oh! Was denn? Tot! Was? Was? Nein! Du bist tot, tot. Ich bin in den Tod gesprungen. Können wir neu laden? Dumm. Ich hab da hingeklickt, da stand Zielpunkt nicht erreichbar. Der ist trotzdem gesprungen und war dann tot. Dumm. Kann man da doch nicht hin? Ungültiges Ziel. Tod. Weg ist unterbrochen. Tod. Ich finde trotzdem, dass man ja rein theoretisch irgendwie den Flug brechen muss, ne? Kann, sollte. Da liegt eine Nachricht drin. Von uns allen ist die Wahrnehmung. Da unten sind Viecher, die angreifen. Da greifen die auch an. Wenn wir wahrscheinlich gleich da sind. Die haben mich aber schon gesehen, theoretisch. Die sterben aber nicht. Oh, oh jetzt aber. Und das sind ein paar. Ja, das sind ein paar. Ja. Aber cool, dass wir gleich wieder dran sind. Mhm. Oh, die sind ja echt alle auf einem Haufen da unten. Fünf Stück zumindest. Da müssen wir vielleicht einen Schaden reinballern, hm? Ja. Oh ja. Noch einer. Spinnennetz oder so. Dass die nicht weit voneinander wegkommen. Wo habe ich denn das hier? Habe ich jetzt die Schriftrolle dahin geschmissen? Ich habe jetzt gerade die Schriftrolle dahin geschmissen. Ich habe noch ein paar. Ich habe noch ein paar. Nee, ich habe mich jetzt hin teleportiert. Ja. Irgendwo lebt noch einer. Ja, ich komme dran. So, hier mit meiner Schriftrolle. Guck mal, der Stab hier. Oh ja. Okay, ich mache mal eine kurze Rast. Dann fehlt mir noch eine Miniecke von der Map. Und hier sollen wir jetzt nicht mehr rein, ne? Wo rein? Da. Da kommen wir wahrscheinlich wieder in die Kraft unten. Ja. Hier waren wir noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht.